Philippe! Erkennt dich nur nicht, weil es so dumm ist. Aber jetzt kommt es zu seinem Bruder. Ne, das ist Simon. Wer abschneidet, Simon garantiert. Oder? Simon. Oh, das ist Opfer. Ah! Oh, das ist doch schneller. Oh, jetzt hat er aufs Hauptsinn voll hinterlaufen. Kurve! Ah, da schnallt er ab, da schnallt er ab. Hä? Komm, hoi! Ich bleib gar nicht mehr so mit einfach, einfach richtig. So, jetzt geht's da rein, ja.